Strom einfach selber machen, speichern und sparen. Das Franchise-System Enerix liefert dezentrale Energiesysteme, mit denen Eigenheimbesitzer und Gewerbebetriebe ihren Strom einfach selbst herstellen, speichern und nutzen können. So reduzieren Enerix-Kunden ihre Energiekosten und schützen zugleich die Umwelt. Das ausgezeichnete Franchise-Konzept Enerix bietet Quereinsteigern die Möglichkeit, mit geringen Kosten in den dezentralen Energiemarkt einzusteigen. Als Enerix-Partner planen und verkaufen sie Anlagen. Die Installation erfolgt über Montagepartner. Jeder Franchise-Partner erhält ein Vertragsgebiet mit Gebietsschutz und durchläuft vor Geschäftsstart die Ausbildung zum Fachberater für dezentrale Energiesysteme mit TÜV-geprüfter Qualifikation. Sie profitieren von den Einkaufsvorteilen, dem besonderen Markenauftritt, der Unterstützung der Zentrale, vom Erfahrungsaustausch unter den Partnern sowie 15 Jahren Erfahrung. Klicken Sie jetzt hier und erfahren Sie mehr!